In Athen hat Prinz Philippus von Griechenland die Schweizer Milliardärstochter Nina Flor kirchlich geheiratet. Der jüngste Sohn des griechischen Ex-Königs und die Schweizerin, die als Kreativdirektorin im väterlichen Privatjet-Unternehmen VistaJet tätig ist, hatten ihre standesamtliche Trauung schon im vergangenen Jahr in St. Moritz. Corona-bedingt fiel die Feier dann aber aus. Der 81-jährige Vater des Bräutigams Konstantin II. war bis 1973 König von Griechenland, bevor er verbannt wurde und in Italien und Großbritannien im Exil lebte. Vor einigen Jahren ist er in seine Heimat zurückgekehrt. Nach Athen gereist waren Nebenkönigin Sophia aus Spanien auch die britischen Prinzessinnen Beatrice und Eugenie. Dass Philippus ältester Bruder Paul jemals König von Griechenland wird, daran glaubt eigentlich niemand. Paul und seine Familie leben ebenso wie das Brautpaar seit Jahren in England. Vielen Dank. Vielen Dank.